Mehr als tausend Menschen gedenken im Berliner Dom der ermordeten Armenier. Sie seien im Osmanischen Reich nur aus einem Grund getötet worden, weil sie Armenier waren, so Bundespräsident Gauck. Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, von der das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist. Gauck spricht von Völkermord, wie erwartet. Und er verwendet die Formulierung, auf die sich auch die Parteien im Bundestag geeinigt haben. Parlament und Staatsoberhaupt einig, der Völkermord müsse beim Namen genannt werden. Auch wenn sich die türkische Regierung gegen diesen Begriff wehrt. Indem wir erinnern, setzen wir niemanden, der heute lebt, auf die Anklagebank. Die Täter von einst, sie leben nicht mehr. Und ihren Kindern und Kindeskindern ist jene Schuld nicht anzulasten. Was die Nachfahren der Opfer aber zu Recht erwarten dürfen, das ist die Anerkennung historischer Tatsachen und damit auch einer historischen Schuld. Gauck wie auch die Vertreter der christlichen Kirchen weisen auf eine Mitschuld des damaligen Deutschen Reiches hin. Deutsche Politiker und Diplomaten hätten während des Völkermordes vor 100 Jahren weggesehen. Daher haben wir stehen im Moment Ministri activation.